Hallo und Willkommen zur Online-Pilates-Cluster mit Brigitte. Ich bin hier im Stars Fitness Kloster Neuburg Trainerin und freue mich, dass ihr mitmacht. Was ihr heute braucht, ist eine Wasserflasche. Das ist unser Material. Ich habe sie nicht ganz angefüllt, aber schau, dass du ein bisschen zusammendrücken kannst. Das wäre optimal. Nochmal wegstellen. Wir starten mit der Atmung. Zwick den Popo zusammen. Atme ein durch die Nase. Atme aus durch den Mund. Und bitte, denk an dein Powerhouse und zieh den Bauchnabel zurück. Schön aufrecht bleiben. Hier ist dein Hustbein, hier ist dein Schambein. Lang bleiben. Tu so, als wolltest du dein Schambein hochziehen, wenn du ausatmest. Das geht natürlich nicht, aber dadurch ziehst du deinen Beckenboden schön hoch. Und atmen. Such dir einen Punkt, wo du hinblickst. Noch sechs bitte. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Lass die Arme gebeugt. Atme ein. Hebe das Schulterblatt. Atme aus. Schiebe es nach unten. Andere Seite. Ein und aus. Nimm den Oberkörper mit. Nimm den Oberkörper mit. Damit die Wirbelsäule schön elastisch wird. Atme ein. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Hoch und tief. Körper mitnehmen. Nur Oberkörper. Gehe ein bisschen in die Knie. Wenn du dein Schulterblatt von unten schiebst. Und atmen. Und atmen. noch sechs. Bauchnabel eingeziehen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Jetzt streck die Arme. Mach die selbe Bewegung. Große Kreise. Ein. Kreis. Ein. Aus. Ein. Aus. So. So groß wie möglich. So groß wie möglich. Nachblicken. Wieder ein bisschen in die Knie gehen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ein. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleiben. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Achtung. Letztes Mal. Ein. Bis zur Mitte. Aus. Einatmen. Daumen nehmen. Ausatmen. Fäuste auf die Schulter. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Daumen nehmen. Schau, dass die Oberarme immer oben bleiben. Ohne absinken. Ein. Strecken. Aus. Beug. Zwickt den Popo zusammen. Bleibt langsam. Ein. Und sechs. Ein. Und fünf. Ein. Und vier. Ein. Ein. Und drei. Zwei. Letztes Mal. Lass die Fäuste auf den Schultern. Einatmen. Ellbogen zusammen. Ellbogen zusammen. Führen. Ausatmen. Einatmen. Zusammen. Ausatmen. Spür hin, wie du die Schulterblätter auseinander ziehst. Lass den Popo gezwiegt. Zieh den Bauchnabel rein. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Sechs noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Letztes Mal. Und ein. Und ein bisschen ausbändeln. Nimm jetzt deine Flasche, bitte. Stelle. Stelle das linke Bein über dein rechtes Bein. Einatmen. Geh nach rechts. Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Geh nach rechts. Ausatmen. Ein. Und aus. Ich drehe mich mal um für euch. Wenn ich stehe jetzt seitlich verkehrt. Lieber Fuß über rechts. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Zieh den Bauchnabel rein. Du darfst noch ein bisschen in die Knie gehen. Gut atmen. Ein. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib auf der Seite. Und zieh mit der rechten Hand am linken Armband. Sehen wir während du ausatmen. Bleib auf der Seite. Zieh den Bauchnabel rein. Zieh den Bauchnabel rein. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm ihn bitte ein. Bein parallel ausatmen. Gut gemacht. Andere Seite. Rechter Fuß über linkes Bein. Einatmen. Nach links. Ausatmen. Und für euch. Ausatmen. Ein. Ausatmen. Ein. Ausatmen. An das Körper rausdenken bitte. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Neun. Zwei. Letztes Mal. Bleib. Zieh dich tiefer. Zieh mit der linken Hand am rechten Hand. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ein zur Mitte. Steh parallel mit den Füßen. Ausatmen. Achtung. Hier ein. Nach oben aus. Einatmen. Popogezwickt halten. Ausatmen. Einatmen. Popogezwickt halten. Ausatmen. Bauchnabel einziehen. Noch sechs bitte. Fünf. Langsam bleiben. Vier. Drei. Drei. Noch. Zwei. Letztes Mal. Bleib oben. Ich drehe mich zur Seite für euch. Einatmen. Hinter den Kopf. Ausatmen. Hoch ein. Vor das Gesicht. Ausatmen. Einatmen. Hinter den Kopf. Ausatmen. Einatmen. Vor das Gesicht. Ausatmen. Der Kopf bleibt stabil. Ein und aus. Ein und aus. Ausatmen. Ausatmen. Ein und aus. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib hier.egs Caroline. Bleib hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 2, Letztes Mal, stell die Flasche ab und einmal ein bisschen auslockern, Beine auslockern, Arme auslockern, schau, dass die Flasche so steht, dass du sie nehmen kannst. Ich starte mit der ersten Position und anschließend nehmen wir die Flasche für die Fortsetzung. Arme neben den Körper, einatmen, Knie beugen, ausatmen, gerade rücken. Einatmen, Knie beugen, gerade rücken. Zieh den Bauchnabel rein, die Schultern weg von den Ohren. Einatmen, ausatmen. Powerhouse und Schultern weg von den Ohren. Sechs noch. Noch fünf bitte. Vier. Drei. Zwei noch bitte. Achtung, letztes Mal, bleib unten, schau, dass du deine Flasche erreichst. Schau. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ich drehe mich mal nach vorne. Ein, aus. Schau zu Boden. Bauchnabel einziehen. Ein, aus. Ein, aus. Aus. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Nimm die Flasche, sink nach unten. Atme ein. Bauchnabel ein, atme aus. Wieder einatmen. Kopf sinken. Ausatmen. Lass die Arme locker. Beug die Beine. Ein. Bauchnabel einziehen. Das ist ein Aufzug. Einatmen. Ausatmen. Rund. Unten ein. Bauchnabel ein. Ein. Locker der Arme. Ein. Aus. Halte die Flasche ganz locker. Vier. Immer die Beine ein bisschen beugen. Mund ein. Und Bauchnabel ein. Drei. Drei noch bitte. Zwei. Ich drehe mich vor, dem letzten Mal zur Seite. Achtung. Nur noch bis zur Mitte aufrollen. Gehe nach dem Rücken und auf und ab und auf mit den Armen. Ja, da plätschert das Wasser in der Flasche. Bauchnaden einziehen, vier, zwei. Zwei. Letztes Mal sinken ein. Roll-up ausatmen. Marsche abstellen. Ein. Noch vier bitte. Drei. Drei. Zwei. Letztes Mal. Achtung. Einatmen. Einatmen, ich drehe mich mit euch jetzt nach rechts. Ausatmen, ausatmen. Einatmen, links. Schau, dass dein Becken stabil bleibt und nach vorne geht. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. Letztes Mal. Ein und aus. Wieder deine Flasche. Ein, geh auf die Zehenspitzen aus. Sinken, ein. Zehenspitzen aus. Sinken, einatmen. Geh auf die Zehenspitzen ausatmen. Langsam zu Boden sinken. Langsam auf die Zehenspitzen. Langsam zu Boden. Langsam auf die Zehenspitzen. Upsi. Einatmen. Letzten vier. Ja, auch ich muss die Körperspannung gut halten. Drei. Das ist das Geheimnis. Zwei noch. Letztes Mal. Bleib oben. Einatmen. Nimm die Flasche in die rechte Hand. Ausatmen. Einatmen. Nimm die Flasche links. Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Rechts. Ausatmen. Einatmen. Links. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und einatmen. Und komm runter. Ausatmen. Wieder ein bisschen auspendeln. Auslockern auch die Beine, bevor wir in die Grätsche gehen. Jetzt wieder ausschütteln. In der Pause den Körper immer locker lassen. Während der Übungen, innere Muskulatur anspannen. Schau mal, wenn du in die Grätsche gehst, dass deine Knie ober deinen Knöchel bleiben. Mal ausprobieren. Wieder hochkommen. Gut ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und ein. Und aus. Und ein. Gib das Gewicht auf die Fußsohle. Of course, du denkst an dein Powerhouse. Und sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Bleib unten. Einatmen. Nach links. Ich gehe mit euch. Ausatmen. Schau, dass die Knie außen bleiben. Ein. Rechts ausatmen. Ein. Links ausatmen. Ein. Bauchnabel anziehen. Die Knie und die Beine stabil halten. Gut atmen. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Nimm die Flasche. Verschränk die Hände vor deinen Körper. Und gehe ein bisschen nach vorne in den Oberkörper. Bitte drehen. Einatmen. Drehen. Ausatmen. Einatmen. Drehen. Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Drehen. Ausatmen. Ein. Einatmen. Sanfte Bewegung. Zieh den Bauchnabel rein. Schau wieder, dass deine Knie stabil sind. Das ist eine wunderbare Übung für deine Lendenwirbelsäule. Zieh den Bauch rein. Sechs noch. Fünf. Vier. Schau, dass die Schultern unten bleiben. Zwei. 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 Zwei noch. Letztes Mal. Ein. Komm nach vorne. Lass die Arme vorne. Mach kleine Squats. Streck die Arme. Richtung Boden. Richtung Boden. Und lächeln. Ja. An etwas anderes denken. Bauchnabel rein. Kleiner Squats. Und sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und stopp. Einatmen. Langsam hoch. Ausatmen. Wunderbar. Langsam die Beine schließen. Komm in den Vierfüßler, bitte. Leg die Flasche. Lädt die Flasche an den vorderen Rand deiner Matte auf die rechte Seite. Das wäre die Position für die zweite Übung. Für die erste Übung zeigt es euch noch so. Linkes Bein. Einatmen. Gut. Ausatmen. Ferse wegschieben. Einatmen. Rot. Ausatmen. Bauchnabel rein. Schieb. Schieb. Als wolltest du das Bein raus aus dem Körper schieben. Einatmen. Und ausatmen. Schieb. Einatmen. Schieb. Bleib mit dem Bein parallel zum Boden. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Schieb. Noch drei bitte. Schieb. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Und noch drei bitte. Zwei. Letztes Mal. Bleib mit dem Bein hinten. Und beuge es 90 Grad. Jetzt drehe ich mich um für euch. Die Flasche liegt rechts. Der Oberschenkel bleibt oben. Wir kommen zu Drinking Lion. Die Ellbogen Richtung Knie. Einatmen. Ausatmen. Nimm mit der linken Hand die Flasche. Schieb sie nach links. Einatmen. Ausatmen. Nimm sie rechts. Zurück nach rechts. Einatmen. Ausatmen. Immer mit der gegenüberliegenden Hand die Flasche holen. Ein. Aus. Das ist auch eine Gleichgewichtsübung. Einatmen. 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 Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib runter. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Zieh das gebeugte Bein auch vor. Gib den Unterschenkel nach innen. Und leg dich. Setz dich daneben. Und dann legst du dich drauf. Schau, dass die Schultern parallel zum Boden sind. Weiter atmen. Locker sein. Noch sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Komm wieder langsam hin. Vier Füßler bitte. Ein bisschen schön machen wieder alles. So. Die Flasche liegt links. Ihr seid natürlich jetzt wieder Seitenverkehrt. Einatmen. Einatmen. Aber ich bringe mich zur Seite. Bein zuerst. Erste Position. Einatmen. Schiebe wieder. Als wolltest du das Bein raus aus dem Körper schieben. Und schiebe. Wieder schön. Wieder schön den Kopf mitnehmen. Rund. Und zu Boden blicken. Letzten sechs bitte. Fünf. Einatmen. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleibt hinten mit dem Bein. Beuge ist 90 Grad. Drehung für euch. Wieder. Drinking Lion. Die Flasche liegt links. Einatmen. Ausatmen. Mit der rechten Hand holen. Einatmen. Ausatmen. Mit der linken Hand. Einatmen. 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 Etwas. Einatmen. Einatmen. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal bei Putten. Lass das Bein oben, Ellenbogen Richtung Knie. Vier. Drei. Zwei. Eins. Das rechte Knie nach vorne. Schienbein nach innen. Setz dich daneben. Leg dich drauf auf dein Bein. Schau, dass die Schultern wieder parallel zum Boden sind. Und sei locker. Atmen. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam lösen. Geh bitte in die Rückenlage. Füße auf den Boden stellen, Arme legen, den Körper ablegen, schau wieder, dass deine Flasche in der Nähe steht, sodass du sie nehmen kannst. Becken kippen, einatmen, Becken Richtung Oberkörper kippen, ausatmen, nur rollen, ein, nichts kippen, ausatmen, es wird alles zusammen hier, du hast hier viele Muskeln, die du anspannen kannst. Wenn du zurück gehst, nur in die neutrale Position gehen, sodass hier die Nordose bleibt, ein und aus kippen, zurück in die neutrale Position, ein, Becken kippen, ausatmen. Nur auf dem Boden, rollen, und wenn du das Becken kippst, spürst du die Lendenwirbelsäule auf den Boden, einatmen, sechs, fünf, vier, zwei, zwei, Einmal noch, bitte. Jetzt nimm deine Flasche, glänze zwischen deine Oberschenkel, komm in den Tabletop. Versuche, die Flasche immer mit ein bisschen Druck zu halten. Ein bisschen die Flasche zusammendrücken, ohne dass du einen Krampf bekommst, bitte. Moment, so, Füße flexen, Schultern bleiben auf dem Boden, Schulterblätter, einatmen, Knie nach links, ausatmen, einatmen, Knie nach rechts, ausatmen, einatmen, und andere Seite. Der Kopf bleibt stabil, die Schulterblätter auf dem Boden. Bauchnabel eins in das Becken, die lassen sich aufstehen, ein bisschen, aber die Schulterblätter bleiben beide auf dem Boden. Bauchnabel eins in die Flasche, falls sie verrutscht, Bauchnabel einziehen, sechs noch, fünf, vier, Nimm ein bisschen Druck aus, rücken auf die Flasche, drei, zwei, letztes Mal, komm zur Mitte, bleibe, Arme Richtung Decke, entweder du nimmst jetzt beide Fersen und lässt die Flasche zwischen deinen Oberschenkeln, oder du nimmst die Flasche weg und nimmst immer nur ein Bein. Einatmen, und Fersen und Daumen zum Boden ausatmen, zugleich, tippen, und wieder einatmen, und ausatmen. Mach mit den Armen eine kleine Grätsche, zieh den Bauchnabel gut rein, weiter atmen. Und ausatmen, und ausatmen, dass die Füsse schön geflext, noch sechs bitte. Denk an die Powerhouse, in der Wirbelsäule sollst du nichts spüren. Dann tipp näher auf beim Kupo, wenn du etwas spürst, bitte. Drei, zwei, letztes Mal, fass bis zum Boden und halten. Tipp ein bisschen hin, damit du weißt, wo du bist, und dann hältst du. Mach fest den Bauch, atme weiter. Weiter, weiter, weiter. Vier, drei, zwei, eins. Langsam abstellen, gib deine Flasche, ohne aufsetzen bitte, unter deine Fußsohle für die Bridge. Lass dich erst auf den Boden halten, oder du stellst dich ganz auf deine Flasche, mit einer Fußsohle. Anlegen mit drauf, ablegen, einatmen, langsam in die Bridge, ausatmen. Oben einatmen, roll down. Immer wieder an, Hand justieren, Schultern weg von den Ohren. Und rutsch. Denk ans Powerhouse, Bauchnabel einziehen, Wirbel für Wirbel abholen. Noch vier, bitte. Und ankommen, Bauchnabel rein. Drei, doppelt atmen, einmal auf dem Boden, bleiben in der Luft. Letzte zwei, bitte. Gemüßen. Einmal noch, bleib oben. Du so, als wolltest du gehen. Ja, steig auf die Flasche. Du so, als wolltest du gehen. Schau, dass dein Becken immer an der selben Stelle bleibt. Vier, drei, zwei, eins, bleib einatmen, roll down. Knie zum Oberkörper und ein bisschen wendeln. Das haben wir uns jetzt verdient. Eine kleine Pause, eine kleine Massage für unseren Rücken. Das ist angenehm. Genieß der Übung. Noch vier, drei, zwei, eins. Jetzt dreh dich bitte einmal auf die Seite. Und komm, hier, hier Füße nochmal. Für eine Genießerübung nehme ich für das Schutzschild. Ein schönes Füreeck. Einatmen. Becken vor, ausatmen. Bleib oben, atme ein. Hinten Bauchnabel rein, atme aus. Wieder ein und aus. Ein und halten, aus. Lasst euch Zeit mit dem Atmen. Schultern weg von den Ohren. Vier. Becken noch. Zwei. 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 Einmal noch, öffne die Knie, Gegenbewegung für deine Wirbelsäule, lass sie locker hängen. Ah, das ist auch eine schöne Entspannungsübung. Sei so locker wie möglich und atme ruhig weiter. Vier noch, drei, zwei, eins, langsam lösen, Zehenspitzen aufstellen, einatmen, geh langsam ins verkehrte V und geh zurück mit den Händen zu deinen Füßen und bleib ein bisschen unten hängen. Lass den Kopf locker, dass die Knie noch im Gild, ja, geh ein bisschen vor, vier, drei, zwei, eins, Knie beugen, Hände auf die Oberschenkel, aufrollen. Da sind wir wieder im Stand und freuen uns auf einen schönen Abschluss. Kurz alles richten. Ja, wir fühlen uns wirklich wohl jetzt nach dieser Pilateseinheit, so soll es auch sein. Einatmen und negative Energie wegwerfen. Und noch mal ein, wirf alles weg, was weg soll. Und noch mal ein und negative Energie wegwerfen. Langsam aufrichten, streichen die Arme, atmen ein, Sonnenschein, Glück und Freude nehmen. Einatmen, Gesundheit nehmen, Zuversicht, Vertrauen und Ruhe nehmen. Und ein letztes Mal einatmen, positive Lebensenergie nehmen und sich heulen. Ein bisschen noch genießen, ein bisschen in den Tag hinein wechseln. Vier, drei, zwei, eins. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf nächstes Mal. Eure Brigitte. Tschüss. 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 Tschüss.